nein stopp ach egal ich wollte eigentlich noch nicht anfangen wir sind wirklich wieder hier so stopp wenn dann muss ich noch den titel anpassen in der ehre hat sich noch mittlerweile fast alle erwachsen oder? ich bin nicht von Haruto ich bin von Haruto ich bin von Haruto du bist schon so groß geworden du bist schon so groß geworden du bist schon so groß geworden aber ich bin von Haruto er hat gesagt dann würde ich sagen dann würde ich dann würde ich ich würde sagen aber so dass Ich glaube, es ist ein Problem, dass es sich in Hanawa zu leben. Ja, mein Plan ist so. Erstens, ich verwende dich mit einem anderen Körper. Wenn es sich mit Hanawa zu treffen, dann kann ich Kiliu sein. Wenn man sich mit einem anderen Körper befindet, Was ist das? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich mich nicht verletzen kann. Was ist das? Ich weiß nicht, dass es ein Reden Tora ist. Was ist das? Ich weiß nicht, dass es ein Reden Tora ist. Ich weiß nicht, dass es das Reden Tora ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich es. Ich weiß nicht mehr, ob ich es nicht mehr so machen kann. Ja, ja. Äh, äh. Ja. Aber ich glaube, dass ich es nicht so schön war. Wenn man die Ruhige vom Ruhige verkürt, wird sofort die Antwort auf den Ruhige. Wenn man so nicht, dann kann man sich nur von hier auswählen. Wenn man sich die Hüge mit dem Hüge sehen kann, dann kann man das auch sehr gut. Wenn man sich so gerne will, dann kann man es nicht. Was ist das? Ich bin der 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 Ich bin also ich was ich 3 Tage nicht wenn ich das erzähle in dem ich habe das ich habe Äh Entendet Entendet Ich danke dir Scheiße, ich teste den Bahnhof jetzt, ne? WTF? Hallol Hallo Philipp Als ob ich schon in Osaka bin Okay, ich darf glaube ich nicht die kompletten Gebiete abdecken So kann man festglassen zocken Was hast du getan? So Oh ja Home Seat Home gefüllt hier, alter Ich sag ganz ab Boah, jetzt abklappern Irgendwas ist gestern passiert oder was Uff Okay Wird Stifte Okay Okay, das hat sich schon Krass dann Oh, es gibt Schließfächer Dann hoffe ich du findest die Lösung So Aber sonst Aber meistens wenn die Festplatte hin ist Muss eine neue, ja Die Felger Ja Dann good luck Was war das hier nochmal? Ist das ein Lager? Ja Ja Ich kann auch draußen einkaufen Wozu? Ja 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 Nie wieder Nie wieder Nie wieder Nie wieder Ja Der ist so veraltet mittlerweile Dass du die überhaupt noch nutzt Ja 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 Und warum hast du dann ne HDD? Warte, sag mir nicht was Sündes auf der HDD Oder Steam auf der HDD Ja warum macht dann die HDD Faxen bei Steam? Alles was aber HDD hat, hat da ein Problem oder nicht? Wo Steam und große Games auch heute der Ich würde, hä, warte mal Wie viel Gigabyte SSD hast du denn? Große Auch wenn ein Game 100 Gigabyte hat Ich pack das auf die SSD Du kannst ja immer noch neu installieren Sonst den Ding doch am Anfang Ja, aber das dauert doch auch eh wieder immer dann ewig Ich würde niemals ein Game auf die HDD packen mehr Heutzutage Was? Nur ne SSD mit 300 Ich wusste nicht mehr, dass die heutzutage nur so noch da sind Okay Okay Mittlerweile gibt's die doch nur noch in 500 und 1 Terabyte dachte ich Oder hunderte Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt, dass man Soll ich nie Oh, der PC ist wieder krank geworden Ja, muss neuer her Ich muss mal aktuell werden Ich muss mal aktuell werden Ja, okay Ja, okay Was ist hier? What the fuck What the fuck Wie ist ein Silberteller Ich muss mal das Zeug verkaufen, Alter Bevor ich jetzt nach Dings gucke Hallo, ich brauch Geld Mach's mal tried BAM Die HDD muss raus und neuer Patschismus, ja Ja, die muss raus und ich würde einfach mal eine Terabyte SSD zum Black Friday holen, mein Freund. Das kann ich dir ans Herz legen, einfach nur. Dann hast du erstmal, glaube ich, gar keine Probleme mehr. Aber wirklich, ein Terabyte und da hast du erstmal Ruhe und da kannst du auch richtig große Games da reinfahren. Oh, was ist das? Kommt. Spüre meine Pylone! Mein Gott. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. War ich hier eben schon? Ich hab's schon. Du, 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 du. Ich hab's nicht, ich hab's schon. Das ist ja, wie gesagt, der Spin-Off. Das führt ja Kiryu's Story weiter und so gesehen gibt's auch noch Kiryu's Playstyle weiter. Das ist ja, äh, das ist ja so gesehen, Leica, äh, Yakuza 7.5 und Yakuza 8 wird wieder Turn-Best sein. Aber wenn man's mal so übersetzen will. Und Kiryu's hatte immer eigentlich zu gesehen Action-Best. Nach Yakuza 6 haben die ja das Runden-Basierte eingefügt und jetzt ist Kiryu's zurück. Und dann geht's ja mit Action-Basiert gerade weiter und wo der andere Hauptcharakter die Main-Teile jetzt übernimmt, wird's dann wieder Turn-Best. Oh my goodness. Warum leckt das bei mir? Warum leckt man Alert? An Alert, ey? What the fuck? Aber wer war das? Moment. Ich würde's raus. Team-Manager. Daisy Jackson, danke für dein Follow. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Ich bin ja auch schon mal auf. So, weiter geht's. Oh, da liegt auch noch was. Interessant, wie viel die Laber haben hier, oder? Was gibt's hier? Uh, Okonomiyaki. Ja, kommen wir mal ein bisschen was davon. Die Leiste hatte ich gerade mal kurz in der Fähigkeit hochstufen. Äh. Angriff boosten. Bevor ich mein Geld für was anderes wieder verprallere. Wie gesagt, die Straße da links mit der Hauptaufgaben gucken wir gleich. Ich will nur gerade ein bisschen nach, gucken was ich so finde. Ist nicht hier so eine Arena gewesen? Naja. Mhm. Was gibt's? Schließfach Türen. Da. Wie viele gibt es denn wieder? Alter, gibt's viele. Das ist doch irgendwas. Ach, warum? Dieses Spiel. Ach, guck mal, noch einer. Weil wir ja schon hier sind. Boah, hätte ich nicht kaufen brauchen dann. Hallo. Hallo. Wenn ich dich einmal durch habe, was heißt das? Ich weiß es nicht. Aber ich esse einmal. Warte mal. Warte mal. Was bist du? Mal joggen. Hab ich keinen Bock drauf. Banyu Momoko. Spielhalle. Hallo, Jungs. Komm mal her. Gibt ihr mir kein Geld? Gib mir Geld. Warte. Ich hab keinen Zellen in diesem Kampf verdient. Oh. Warte mal. Hm. Das hier ist die Spielhalle? Oder ist Schott Bill jetzt in Bar? Vielleicht ist ja was drin. Ja. Perfekt. Ja. Über hier drin ist was. Äh. Will ich Bill jetzt spielen? Nö. Was hast du so? Ganz ehrlich? Gib ihm was günstiges einfach um einmal durch zu sein. So. Du hast Kilius da. Jetzt laufe ich wieder wie hinwischer. Aber war nicht trinkfest? Äh. War ja nicht immer bis zu 8. Trinkfest? Oh Gott. Jetzt laufe ich wieder wie. Eieiei. So was ist hier? Ja. Was war hier denn immer? Ah. Ist schon gut. Das ist die Spielhalle. Ah. Komm. Gucken wir uns kurz an. Mhm. Hallo. Ich komm rein. Okay. Was kann ich denn hier spielen mal wieder? Okay. Das will ich nicht spielen. Okay. Das ist der selbe Scheiß wie ein... ...Lukohama. Äh. Hier liegt aber kein Schlüsselraum. Okay. Ich muss den Kampf durch... Äh. Mal. Alla. Ja. Hier kommt die Gerufen. Alla. 10.000. Typ. Oh. Alter. Wenn das Auto los fällt, ist das Ding platt. Wo war hier nochmal der Pornschirm? Oh. Alter, wenn das Auto losfällt, ist das Ding platt. hat hat eine gute anlehnung aber das sind alle also so sind alle jakuza teile vor sieben also 0 bis 6 sind ungefähr genauso das spielt sich ungefähr ähnlich würde ich sagen hat ruster ponsche also hauptisch irgendwie da ist also ja könnte man irgendwie damit vergleichen das ist nie noch mal was sieht man jemals jung der nächsten bau und nein es beginnt ich kann kakao gespielt ja 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 kom jorius ich bin nicht gut und so Nein! Ups, falsch geglückt. Da geht's schon los. Ein Klassiker. Dame, 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 Dame Ich hätte nicht erwartet, dass es das Bild ist. Wunderbar. Oh, wir müssen alle Songs durchmachen jetzt. Ja, der war okay. B-Rang, oder? Komm, da hast du den. Ja gut. An die Top 3 komm ich nicht ran. Was gibt's denn hier noch? Oh Gott. Den Zug kenn ich glaube ich noch nicht. Gab's den damals? Nee. Oh Gott, das musste Gedücke halt, mein Mann. Oh Gott. Ja. Ja. Da hab ich die Taste gewechselt. Hä, ich hab gedrückt? Okay. Hä, manchmal nimmt das nicht auf. Mein Gott. Das ist ne schlechte Runde. Wie gesagt, ich kann sowas nicht. Ich bin jetzt noch mal. Ich bin jetzt hier. Okay. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt schlecht darin, aber ich feier es immer wieder, das zu spielen. Ich weiß nicht, dass die Songs immer lustig sind. Ja, da geht's los. Oh, Haruto. Ah, das ist der Song. Ich hab einfach einer. Oh. Kiri muss zurück dahin, Alter. Da kann ich als tot erklärt bleiben. Ja, 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 ja. Hab ich's wohl gemacht, ne? Ja, wie kack ich bin. Ja, kannst du Rang berechnen. Das war die schlechteste Leistung ever, gerade. S plus, ja, ja. Komm, du hast 60 Punkte. Oh, Gott. Good night. Oh. Oh, okay. Ich hab einmal daneben gedrückt Ja, ich will Kiri tanzen sehen Oh Mann Wow daneben Ich hab eigentlich gedrückt, aber ich hab nichts gehört Okay, hab ich nicht erwartet Ich glaub da hab ich einen guten Punkt So, 83 finde ich okay Ist nicht perfekt, aber... Oh ja Sayonara, sayonara Ich glaub der kommt mir bekannt vor Keine Erinnerung, echt ein Wunder Okay Nein Nein Ich mach den Rhythmus Weißt du, Hanna war in Gefahr, wir singen erstmal karaoke, scheiß drauf Das ist ja cool, da darf man das Oh no Michio, mein Herzkussi, was? Hast du schnell gedrückt? Oh Gott Oh Gott Oh Oh Kiri ist einfach der wahre ohne Michio Anders kann man sich erklären Wie ist der Kranke gerade am Ende? Ja, du, 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 du Hast du halt Alter Ja, wie mir aufs Lied aber auch konzentriert Oh, es geht weiter Silent Love Silent Love Silent Love Ja, wundert mich nicht Ja, ja, wundert mich nicht So Wir haben noch zwei Samurai Ist das der Song, den ich denke? Ich weiß es nicht Es geht Fynn da no Uwak che da no E ka gun si e shan se Da y z na gitto i ch iz ni Aish te kuda shan se Da y z saying Nang ni da nang jiu in da Hika la ka su ja kara wa What the fuck? Was ist denn? Ähm. Alles klar? Pfff. Mon Katos? Fragezeichen? Wahrscheinlich nicht. Ich geh hier hinterher. Wie ein Lechkopf. Oh mein Gott, das war nicht, dass er mich hier... Was, der hier? Oh mein Gott. Hä, warum sind die jetzt? Wer ist das? What is happening? Oh, okay, wir sind Unterstützer. Wir sind wirklich auch Unterstützer, okay? Für den Song. Ups. Die Brille... Hier die Brille auch auf den Griff gezogen jetzt hat. Ups. Oh, ich liebe diese Karakaze-Kreizen, Alter, sind immer so funny. Ich liebe diese Karakazeii-Kreosen- скорung. what's happening ja karaoke is happening ja wir haben da manchmal immer so funny videos aber sehr viele alte auch noch ist aber nicht mal drin naja so aufhören zu singen es reicht ja genug gesungen wir haben ja eigentlich was wichtiges zu tun ob es ihnen gut geht überlebt er schon dann kann ich auch mal karaoke singen gehen ok da komme ich nicht rein ok hier geht es irgendwo hin schließfach schlüsse gesehen scheinbar nicht ist doch da ist ein koffer oder ein paar gegner oder viele warum trefft ihr mich und ich euch nicht alter du durch das messer mein gott hier, ich muss mich auch noch wer die man kommt Aua Das sind 5.000 schon mal Wollt ihr mir ein bisschen mehr geben? Schade Für 5.000 war das echt nicht lohnt Aber ein bisschen Heilung bräuchten wir mal wieder Hallo, ich will noch mal was kaufen Dankeschön So, wir haben jetzt die Seite Okay, gehen wir mal auf die klassische Seite Ich sieh mal Oh, wir haben einen größten Schließerschlüssel Spammen das Bug, das ist immer geil Ein Platinteller ist gut Geld Ein Rüstungsreplikate Haben wir hier oben gerade eben eigentlich schon? Nö, natürlich nicht Ich will jetzt nicht alle finden, aber Ich hab immer das Verlangen Manche zu suchen am Anfang Hier liegt auf der Brücke nix rum Da könnte was rumliegen, aber da gucken wir gleich mal Wir sehen, ob sich irgendwelche Läden geändert haben Gut, das hier, das Grand Kabarett ist natürlich noch am existieren Hier hat für mich sehr vieles begonnen Weil ich mich hier kurz im Null angefangen hab Hier in der Nähe war auch, glaub ich, die Arznei Hier konnte man essen, da rechts konnte man essen Ach ja, an denen erinnere ich mich noch Oh, oh, bist du was? Ja, damit Mach immer wieder ein Bild davon Der hier ist größer, glaub ich, geworden Der Laden Nein, reicht schon Haben wir schon Haben wir noch nicht Davon brauchten wir vier Und davon brauch ich mir wieder fünf Arigato Gibt's noch dieses Einladen? Wie heißt der denn? WTF? Der ist aber neu, oder? Lol, das soll takoyaki sein Lol, das ist funny Das ist die takoyaki-Platte, ne? Lull Ich glaub, den Laden gibt's nicht mehr Sad Ja, das Golfstand existiert natürlich noch Oh, Koffer Ich geh jetzt nicht überall rein, weil er War halt dann ewig Ah doch, da ist er Hungry Tom Ich mochte immer das Design davon, irgendwie Oh, das ist der Arzeler, ne? Oder war es einer weiter, ich weiß das gar nicht mehr Da ist noch ein Koffer Hier ist Club Sega, ja, ich erinnere mich In Club Sega könnte was drin sein What the fuck? Ist das irgendein Idol-Game? Wahrscheinlich Was ist das denn? Amazon Plus Ich hätt's Ich hätt's krass, diese Details, die du hier überall findest, ne? Hier ist hier der Sonic-Game Hier sind diese komischen Games mal wieder Ich will eins davon endlich mal haben Komm, wir versuchen's nochmal Geld einwerfen So, ich will ein Onomichio Das ist doch der da So Ne, ist das Onomichio? Ich erkenne ihn nicht mehr so gut Nein Aber jetzt im Liegen ist es leichter Allein diese ganzen Mini-Game Spielen kannst Das ist immer wieder gar Wie sollst du das gewinnen? Ich versteh's nicht Ja Die Dinger sind echt hart zu bekämpfen, find ich Also du hast da echt nix zum greifen gefühlt Alles ist glatt Also ich würde gerne wissen, was der Trick hier hinter ist Ja, was du anstellt, so fängst du dich Dich der Roter Das war das Kacke, das Kacke, das Kacke Ne, den erwische ich nicht, das zu Hm Oh, wie lange der braucht immer mehr herzukommen Mach mal schneller Ist doch eh schon leer Letzter Versuch Das wird nix Die Dinger sind schon keiner hart und ich will wissen, ob die mir was bringen oder nicht Das ist doch Rüstung oder so Alles drauf Oh, sind die selben Genf Okay, war das kann ich nicht? Äh Ein Gatschapons, okay Äh, wir gehen wieder raus So, weiter geht's ins Programm Was ist hier? Oh, da ist die Big Krabbe Natürlich ist über der Big Krabbe was Obwohl, ich brauche kein Leben Akiyama hatte hier, glaube ich, seine Zweitstelle, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir uns eh mit ihm treffen sollten Ist schon wieder kurz auf Weihnachten, oder? Sieht so aus zumindest Hast du nicht was zum Mitnehmen kaufen? Ja, kann ich Geil Aber bist du treu Oh, da kaufe ich fünf von denen Aber der Rest ist, ja Die war doch noch ein Supermob, ne? Ja Aber es ist sogar dasselbe Typ Keiner ist toller, ich weiß Aber von nichts kommt hier nichts Äh Ja Ah, klar ist hier ein Schließfachschlüssel So, jetzt gehen wir zurück So, heißt Wenn ich da runtergehe Und wieder am Anfang Wollen wir das auf dem Pornschub Das ist gut, euch aber Ja, das Geld, das ich ausgegeben habe Brauche ich wieder Dankeschön Das war nochmal was Oh, geil, nochmal Geld Hm, viel Money, komm mal her Ich hab den Fahrrad Was ist denn? Das war's Was ist denn? Ich hab die Ich will nur zum Pornshop erstmal. Der ist hier. Was hast du denn überhaupt im Angebot? Die Grundlagen von Schogi, Standarddarts. Aha. Rheithaus für Standarddarts Metall. Oh nein. Wir gehen nach Kamerutsch. Angeblich soll einem ein Wunsch erfüllt werden, wenn man sieben davon sammelt. Okay. Das tue ich gar nicht. Ein Pokémon, ein Mastbeton, ein Wunsch, ja. So, ich will was verkaufen. Zwei Stück davon. Ich brauch nicht so viel. Boah, Alter. Boah, hör damit. Boah, hab ich Geld. Mach mir schon mal was auf Max. ich glaube das ist eine gute investition wir haben jetzt erstmal genug ich sollte mal speichern wir haben gerade ganz schön viel gemacht ich will nochmal sowas machen gucken wir uns noch ein bisschen an und dann sehen wir wie es weitergeht so es geht aber doch es geht irgendwo rein aber ich darf nicht weiter ok wird gerade nur mal die augen offen hatte ich noch was sehe ich glaube in dem gang waren wir noch gar nicht oder hier ist ja auch dings ne vorschein genau da erinnere ich mich noch oben bei vorschein ist safe was hier war immer was ja klar hier ist irgendwas oder es geht es geht es geht es geht wir haben das es geht es geht aber es geht was es geht nicht was das kommt Ich würde mir nicht sagen, dass ich mich nicht so gut sagen würde. Wenn ich mich nicht so gut sagen würde, dann würde ich mich nicht so gut sagen. Hm. Mysterious. Ichiba-Senbei. Der ganze Teller. Was anderes liegt hier nicht rum, dann einfach mal mit dir. Ich weiß nicht, dass ich Akame weiß. Akame? Ja, dann sehen wir das. Ich bin auf der Straße gegangen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist das? Ich bin bereit. 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 Als ob hier nix ist, alter. Hier ist aber auch ein Parkplatz. Warum kann der nicht hier sein? Was hat der? Ja, die wechseln und dann. xp. Warum soll ich das machen? Das ist doch Erinnerungen. Dass ich so viele Combos habe. Wie geil ist das denn? Ich bin bereit. Okay, das ist cool. Na komm. Wir sind rein. 10 Fähigkeiten durch. Ich kann die Fähigkeiten hochschufen erhalten. Da bauwum. Auch wenn wir hier schon eben waren. Oh, hier ist Club Sunshine. scheinen von den selben typen dort ich glaube nicht bin mir aber auch nicht sicher ich habe das machen manche hat nicht mehr zurück zu kinder was ist hier hier nichts ist wird war mir hier eben ich weiß es kann nicht hier waren wir nicht ich so sie in alten telefonen machen wir noch ganz und gar nicht auch nicht ein schlüssel also ja umlegen wird das land das ist was super balance ja ist schon krass wie viel money hier oben liegt da kann ich unterschwingen so die ecke noch Was für Gänge es hier noch alles gibt, ne? Sollten wir ruhig sind immer großartig, als man denkt. Was ist doch die denn jetzt? Oh. Was ist das? Huh? Das ist ein Mann, den Sie ... Was haben Siege gesprochen? Du will mein Mann sagen? Was ist das? So. Oh? Was ist das? Ich habe keine Angst. Ich habe nur... Ich habe ihn zu sehen, um ihn zu sehen. Was ist das? 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 Wenn du was, was du? Wenn du dich an den Bekannten zu suchen, dann solltest du das, das ist das, was du. Das ist das, was du. Ich weiß nicht, dass du, was du. Ich habe mich, was du. Was? Ich habe mich nicht verstanden. Ich habe mich nicht verstanden. Ja, gut, gut. Okay. Mhm. Ah, da kommt sie, glaube ich. Da kann alle anderen funktionen, Bore. Das ist klar. Das war's für heute. Ich bin mir jetzt ein, was ich? Ich bin es nur ein Mann. Ich bin es nicht der Fall. Ich habe das, was ich nur in der Sache. Ich habe mich nicht damit, dass ich es auch nichte. Ich habe nur ein paar Worte. Was ist das? Dann haben wir es an die Hanna? Hanna? Es ist das? Entschuldigung. Das war's für heute. Es ist so cool. WTF? WTF? Du kannst dich auch auf den Weg. Wie ist das? Das ist das Akame-San-San? Ach so, du kannst dich auf den Weg gehen. Du kannst dich aus dem Weg gehen. Du kannst dich nicht auf den Weg gehen, oder? Du kannst dich auch auf den Weg gehen. Das ist für die Arbeit. Das ist alles gut. Ich bin nicht so schlecht. Ich habe auch keine Art. Ich habe mich nicht geholfen. Was sind die Begründung, die einen kleinen Schmuck zu sagen? Ja. Das ist gut. Oh, ich will nur den Namen des Schmuck. Dann können Sie dann kommen, dann können Sie es frei. Ich habe mich nicht mehr, was ich? Okay, das ist jetzt fertig. Das ist jetzt schon gut. Hm? Du bist so schön, aber warum du immer so bist? Du bist nur der Anleitung. Ich glaube, ich habe keine Anleitung. Oh, ich habe keine Anleitung. Ich kann jetzt einfach gehen. Liegt hier was rum? Nö. So, aber ich glaube, das nutze ich jetzt gerade kurz als Punkt, wo wir eine Pause machen. Vielleicht bin ich später wieder da oder morgen geht es weiter einfach. Weil ich muss noch was anderes machen. Ähm, okay, hier ist nichts. Ich schätze, wir machen später mal weiter, wenn ich die Zeit finde. So, dann speichere ich noch. Okay, ja, was wir jetzt gleich besprechen, schalte die Sachen einfach nur frei. Darum können wir uns aber das nächste Mal um Gespräche, ne? Doppelt hält besser. So. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, später oder morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.